Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 19. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1198 und heute habe ich drei Themen für euch, dafür fast brühwarm um 0400 präsentiert. Nicht ganz, es ist 3 Uhr. Aber ja, es war ein langer Tag, dazu aber gleich mehr. Zuerst haben wir Themen wie Datenauktion, Acer und Huawei. Ich starte mit der Datenauktion. Eine solche hat Apple gestartet rund um sein iPhone und das Thema Datenschutz, um die Grundrechte etc. Deine Daten gehören dir. Weshalb das nicht so ist, Apple hat das ganz schön in einem Video mit verarbeitet, wo das Ganze ein bisschen mit einer Prise Humor aufgezeigt wird. Ich finde das wirklich ein gelungenes Video. Sollte man sich mal anschauen und dann eben auch ein bisschen durchlesen, was da alles so passiert mit den eigenen Daten in diesem Internet, auf Diensten oder auf irgendwelchen anderen Geräten und was eben bei gewissen Geräten nicht funktionieren kann. Finde ich spannend, muss man wissen. Da habt ihr einen Link zum Anklicken und Durchlesen oder im Podcatcher eures Vertrauens. Weiter geht es mit Acer. Acer hat gestern sein Event, das jährlich stattfindet, durchgeführt und hat einiges an neuen Geräten gezeigt. Zum einen sind neue Gaming Notebooks vorgestellt worden. Das ist zum einen das Predator Triton 300 SE und was da alles mit drin ist, was für Technik verbaut wurde, was für Möglichkeiten verbaut wurde und was das mit A-Tracking zu tun hat, das könnt ihr euch natürlich auch am besten in den Shownotes anklicken und durchlesen. Heute geht es ein bisschen schneller durch. Acer hat auch neue Premium Chromebooks vorgestellt. Hier zwei an der Zahl, wenn ich richtig liege. Sie sind klappbar nach hinten. Sie haben eine WQX GA Auflösung bei den Displays mit Touchscreen 14 Zoll Diagonale. Nicht nur jetzt wie oftmals vor für den Bildungsbereich, da geht es eher in den Bereich im Premium, also Arbeitsgeräte. Ich bin gespannt. Ich würde mir gerne mal so einen Teil genauer anschauen. Gut, das sage ich seit jeder IFA. Aber mal schauen, vielleicht klappt sie jetzt mal. Oder IFA. Ja doch, IFA oder eben im Frühjahr, wo sie dann vorgestellt werden. Ich bin gespannt und würde mir das, wie gesagt, mal ein bisschen gerne mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Dann wurden auch neue, günstige Notebooks vorgestellt. Die Swift und die Spin-Reihe hat das jährliche Update erhalten. Was ist darin verbaut? Viel Technik für günstigen Preis. Alles ein bisschen mit dabei. Touchscreen, teilweise sogar Stifteingabe beim Spin, aber auch bei den Spin-Modellen ist ein Stift mit dabei und oder optional dazu zu kaufen. Spannende Geräte für einen günstigen Preis, würde ich doch sagen. Dann war ich gestern, heute, doch nee, wir haben schon heute an einem Huawei-Event. Es war eine turbulente Fahrt in Richtung Mailand, aber dann durften wir uns die neuen Produkte anschauen. Zum einen ist das im günstigeren Bereich. Wir beginnen irgendwo um die 50, 60 Währungseinheiten mit einem Wearable, das Huawei Band 7. Und dann geht es weiter mit dem Huawei Fit 2, das etwa um die 150 Währungseinheiten angesiedelt ist. Das ist ein breiteres, mehr Möglichkeiten ausgestattetes Wearable für den Mann und die Frau, die ein bisschen was erfassen möchten rund um ihre Gesundheit. 97 Trainingsmodi sind mit verbaut und Fitnesscoach ist mit drin und die üblichen Sensoren, die man so erwartet. Plus natürlich die Sensoren mittlerweile in der vierten, respektive sogar fünften Version, wenn ich es mir genau richtig im Kopf habe. Und dann haben sie auch noch die grossen Modelle vorgestellt. Bei Huawei ist in meiner Meinung nach die GT-Modelle immer sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt seit Jahren ein Fan vom Design der GT-Modelle. Huawei Watch GT 3 Pro gibt es neu in der Male Edition, also aus Titanium gefertigt, mit ein bisschen wuchtiger, das Ganze mit eben ein schönes Design, rundes Design. Und dann gibt es auch die weibliche Edition in Weiss, die ist aus Keramik gefertigt. Schaut optisch extrem spannend aus. Was mich ein bisschen auf den ersten Blick gestört hat, war dieses goldige Part um die Lunette herum. Aber das muss man sich mal ein bisschen länger und genauer anschauen. Aber auf jeden Fall schaut das Keramium-Teil extrem sexy aus. Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Kommt später übrigens auch mit einem Lederarmband, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was können die? Man kann bis zu 30 Meter tief tauchen. Es hat also eine Tauchfunktion, bei der man sieht, wie tief und schnell man taucht etc. Es gibt die Golf-Geschichte rundherum, Driving-Range-Funktion, virtuelle Karten von über 300 Golfplätzen und Echtzeitinformationen zu Windstärken etc. Also alles, was das Golferherz begehrt. Auch mit integriert, die EKG-App, also durch die Messung vom EKG durch die App. Die ist aktuell noch im Kennzeichnungsverfahren. Das dürfte aber so im Laufe des, ja, bis Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch bei uns durchgewunken sein. Man mag sich erinnern, bei Apple, bei Samsung hat das ja auch ein Weilchen gedauert, bis es dann schlussendlich nachgereicht wurde. Alles andere eben, ja, halt Standard, was bei Huawei so aktiv war in den letzten Jahren. Schöne Technik drin verbaut, schöne Displays und so weiter und so fort. Lauft auf Harmony OS und preislich liegen wir irgendwo um die, ich bin nicht mehr ganz sicher, 370 Währungseinheiten. Und bei den ganz grossen Modellen geht es dann bis zu 500 Grad, 599, glaube ich sogar, Währungseinheiten. Nicht günstig, aber auf jeden Fall, wenn man in dem Bereich aktiv sein möchte und eine Uhr haben möchte, die auch lange Akku hat, auf jeden Fall einen Blick wert. So, das war's mit den Neuigkeiten. Ich verabschiede mich jetzt doch endlich auch mal in Richtung des Bettes. Ich gehe jetzt schlafen und morgen fahre wir dann wieder nach Hause. Und ja, derweil euch einen schönen Tag und bis bald. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.